Wusstet ihr, dass tägliche Bewegung ein echter Geheimtipp für Frauen sein kann? Lust, herauszufinden, warum? Los geht's! 1. Sport ist ein wahrer Stimmungsaufheller. Diese Endorphine, die sind keine Legende. Sie helfen tatsächlich dabei, Stress abzubauen und die Laune zu heben. Und vergessen wir nicht die Energie. Klingt komisch, aber Energie zu verbrauchen, gibt dir Energie. 1. Ein flotter Spaziergang oder ein schnelles Workout können dafür sorgen, dass du dich lebendiger fühlst und bereit bist, alles anzugehen, was dir in den Weg kommt. Dann haben wir da noch den Faktor Selbstvertrauen. Zu sehen, was dein Körper leisten kann. Ob es nun schwerere Gewichte stemmen oder etwas weiter laufen ist, wirkt Wunder für dein Selbstwertgefühl. Außerdem ist Sport eine großartige Möglichkeit, um mit anderen in Kontakt zu kommen. Gruppenkurse, Laufclubs oder auch virtuelle Workouts können dir dabei helfen, gleichgesinnte Frauen kennenzulernen und eine unterstützende Gemeinschaft aufzubauen. Und hey, wer möchte nicht gesund bleiben? Regelmäßige Bewegung hält dein Herz fit, deine Muskeln stark und deinen Geist scharf. Ob du also im Fitnessstudio ins Schwitzen kommst, in deinem Wohnzimmer tanzt oder einfach nur einen Spaziergang im Park machst, bleib in Bewegung. Dein Körper und dein Geist werden es dir danken. Denk daran, jeder Schritt zählt. Bleib aktiv. Bleib glücklich. Du bist é quelloian. Geist wird dein Geist, bis es in deinem Wohnzimmer äuß road bis in deinen Geist țeเจ Deinİicht zu Agora. Sieethr wird ein기자 Fer reside. nochmal zu Ihren Geist, ich werde auf rainforest melt.